Was mache ich nach der vierten Klasse? Diese Frage stellen sich viele Eltern und Kinder jedes Jahr. Hier am Schulstandort Schramberg bieten wir Ihnen die ganze Palette weiterführender Schulen. Zusammen mit einem spannenden außerschulischen Bildungsangebot. Zum Beispiel mit der Jugendkunstschule, der Musikschule und der Mediathek. Herzlich Willkommen an der Grund- und Werkrealschule Sulten. Die Werkrealschule umfasst Klasse 5 bis Klasse 10 und führt nach fünf Jahren zum Hauptschulabschluss und nach sechs Jahren zum mittleren Bildungsabschluss, dem Werkrealschulabschluss. Bei uns lernt ihr praxis- und handlungsorientiert sehr lebensnahe Lerninhalte. Ganz wichtig ist uns die berufliche Orientierung mit vielen verschiedenen Praktika und einer intensiven Berufsberatung. Unsere Fach- und Klassenräume sind modern und digital ausgestattet. Uns ist eure Zukunft durch Bildung wichtig. Wir wollen gemeinsam mit euch Schule erleben. Willkommen an der Erhard-Junghand-Schule. Zwei Schularten in einer Schule. Du kannst zu uns an die Realschule oder im Ganztag an die Gemeinschaftsschule kommen. Du lernst bei uns in digital modern ausgestatteten Klassenräumen. Aber gerade auch das praktische und projektorientierte Arbeiten wie hier im Fach Technik ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Für diejenigen, die über Mittag bei uns bleiben, ist der Ganztagesbereich ein wichtiger Ort. Und in der Mensa gibt es etwas Leckeres zu essen. Ob Realschulabschluss, Hauptschulabschluss oder Hinführung zum Abitur. Egal welche Schulart, das ist alles bei uns möglich. Wir freuen uns auf dich. Herzlich willkommen am Gymnasium Schramberg. Wenn du den direkten Weg zum Abitur gehen möchtest, bist du bei uns genau richtig. Mit dem Abitur hast du beruflich alle Möglichkeiten, von der Ausbildung bis zum Studium. Am Gymnasium gibt es eine große Vielfalt an Fächern und du kannst deinen Interessen und Neigungen nachgehen. Bei uns spielt die Digitalität des Lernens eine große Rolle. Uns ist eine partnerschaftliche und lebendige Schulgemeinschaft wichtig. Bei uns zählt Gemeinschaft, Bildung, Zukunft. Also worauf wartest du noch? Entscheide dich jetzt für den Schulstandort Schramberg. Wir freuen uns auf dich. Hey, ich gehe nach Schramberg.